Bindung durch Berührung kann Therapie ab der Schwangerschaft sein, wird aber auch als Gruppenworkshops für Familien angeboten. In einer kleinen Gruppe lernen die Eltern, wie ein Baby massiert und gestreichelt werden kann. Mit großem Interesse folgt das Baby, wenn es massiert und gestreichelt wird. Es zeigt aber auch sehr deutlich, wenn es ihm zu viel wird. Der Fokus liegt für die Eltern auf dem genauen Beobachten, damit sie die Zeichen des Babys schneller und früher erkennen können. Wenn ein Baby massiert werden möchte, dann gibt die Gruppenleiterin Anleitungen. Wenn ein Baby schlafen möchte oder essen möchte, dann wird das ebenfalls unterstützt. Es werden Entspannungsmöglichkeiten angeboten, Fragen beantwortet und Kontakt zu anderen hergestellt. Der Hauptfokus liegt darauf, dass alle im Raum sich wohlfühlen. Durch die Körperberührung wird die Bindung zum Baby verstärkt und für die Eltern ist es dann einfacher, das Kind verlässlich zu versorgen. Der zweite Teil dieser Gruppen ist einfach wichtig, dass die Eltern lernen, gut auf sich zu schauen, weil sie dann besser mit den Bedürfnissen des Babys klarkommen. taskforce. 3 4 2 3 3 5 8 Vielen Dank.